Hi, und auch heute mit einem Betthüpfel für dich. Lass uns schauen, was ist die Nachricht aus der Lovebox von deinen Liebsten. Konzentriere dich. Oh, krank. Zur Zeit bin ich krank, geschrieben. Mir geht es nicht so gut. Das ist auch der Grund, warum ich mich schon längere Zeit nicht mehr bei dir gemeldet habe. Ich wollte dich mit meinen Problemen nicht auch noch belasten. Bitte habe Verständnis dafür. Ich wollte dir nicht wehtun. Ich weiß... Nun weißt du es, warum ich mich längere Zeit bei dir nicht gemeldet habe. Oh, ja, dann wünschen wir gute Besserung. Ich wünsche dir eine gute Nacht und bis ganz bald.